Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi zusammen, wir sind wieder in Fidelio in Zürich und es geht immer noch um absolute Masse für eure Herbst-Wintergarderobe. Ja, ist super, oder? Tust du dich wohl? Tust du dich schön? Jede Frau sollte mindestens eins weises und hellblaues Hemd haben. Aber bitte kein knallenges Trash-Modell. Wählt eher lockere und Oversize-Modelle in schönen Baumwoll-Qualitäten. Kürzer die Modelle passen super zu hochgeschnittenen Hosen. Streifenlichte Muster sind immer schön. Was absolut wichtig ist, um eure Garderobe flexibel zu kombinieren, sind Stechragen-Shirts. Optimalerweise neutraler Töne. Diese könnt ihr immer super zu allen Outfits kombinieren. Ein kleiner Tipp. Besucht Modelle mit Reissverschluss hinten, damit Make-up und Frisur nicht zerstört werden. Das dritte wichtige Item für Herbst-Winter 15-16 sind Pullover. Man sieht sie in allen Materialien und Dicken. Oft mit Steh- und Rundkregen, Musterungen und Farbvariationen. Kombiniert mit einem guten Schub ersetzen sie sogar den Bläser. Unerlässlich für jede Schrank ist eine gute Shirt im Weiss. Aber auch die Anbieter weite Modelle in guter Qualität wählen. Gestreift oder mit einem guten Spruch darauf sind sie nie falsch. Wir sind fast fertig mit den richtigen Key-Items für eure flexible Garderobe. Das nächste Mal zeige ich euch die richtige Accessoire, Gürtel und natürlich Schuhe. Gürtel und Gürtel.